nach ist das ein schönes wetter und du hast wieder dein standard spielzeug war es wäre doch mal schön wenn du ein spielzeug hättest was mal ein bisschen anders ist trotzdem nicht gleich kaputt geht vielleicht ein spielzeug womit geworben wird dass es eisfest ist was knistert da so in der tasche bevor ich den scheiß aufblase die luft ist rein doch noch auf ach guck mal sogar ein schwarzes da mir ja auch der eine oder andere jüngere zuschauer zuschaut hier ein kurzer einspieler tut mir eingefallen ja nicht ohne gummi dann haben wir das auch geklärt so die tüte ist aufgerollt jetzt geht los alles ist ein ball aufpassen das kann doch wohl nicht wahr sein ja weiß nicht was was soll ich jetzt dazu sagen also bei aller liebe die sind hier sind haltbar bis ende 2022 da bekommt nur risk nur fand eine ganz andere bedeutung also eine tüte haben wir noch ich habe jetzt mal nicht so viel luft reingepackt jeff hast du bock so auf ein neues wir bringen guck mal da was der papa besorgt hat guck mal hier dann haben wir das auch mal probiert wir bleiben wohl bei den bällen ich hoffe euch hat das video gefallen in dem sinne einen wunderschönen abend